Wenn Sie heute Abend besonders achten sollten, verehrtes Publikum, denn er hat versprochen, er wird sich heute über sich hinaus wachsen. Jack Laterne, meine Damen und Herren! Und der charmante Bescheidene, der sich immer zuletzt nennt, ich hab seinen Namen vergessen, Julia Laterne! Freunde, wirken noch Julien. Ein Schlagzeuger und, wie Sie seit heute wissen, auch Deutschrockfreund, Trautrockfreund, ein großer Trautrockfreund, man muss sich das vorstellen, ja? Man liegt da so ein Backstage rum, mit dem einzigen Sofa, das zur Verfügung spielt, spielt da nackt, spielt da an sich rum und dann sitzt Jack Laterne mit seinem Computer daneben und guckt sich Videos aus den 70er Jahren an. Von Bands, die die Songs gespielt haben, die 18 Minuten lang waren. Da sollten wir uns mal ein Beispiel annehmen. Drei Songs, tschüss! Sollen wir schon wieder kein Zwicker anfangen? Aber eins müssen wir mal, eins müssen wir echt mal zugeben, Trautrock hin oder her? Genau. So viele Intros hatten die auch, ja? Nur dann haben sie halt ganz schlecht Englisch dazu gesprochen, ungefähr so. So, the gods were looking down at the people and they were thinking, who are those three Gherkins? Nee, aber die hatten nicht so Ausdruck. Doch, hatten die auch, genau. Aber, ich... So gods. Ach, entschuldigung. So gods. Nee, so gods. So gods. Du meinst noch ein bisschen sch... War vor Heavy Metal. Grautrock war vor Heavy Metal. Mit Heavy Metal wurde alles besser. Du gods! Moment, 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 halt, halt, halt. An dieser Stelle muss ich kurz dazwischen gehen. Mit Heavy Metal wurde alles besser. Alles besser. Alles besser. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Ich hab da eine Rainbow Life zu Hause. Das ist jetzt... Was ist schlimmer? Kleiner Insider. Epitaph Life oder Rainbow Life. Komm, ich meine, die eine Band hatte Richie Blackmore. Ja! Die hat den Literisten, der wäre kein Richie Blackmore gewesen. Ronny James Dio. Ach ja, stimmt. Das ist jetzt eine ganz interessante Unterhaltung vor dem vierten Lied zum Konzert. Gerade fahre ich gleich verbrannte. Achtung da, Publikum will unterhalten werden. Ja, wer? Werden Sie unterhalten? Also, wenn ich nicht mit vor, wenn ich unterhalten verstehe, dann machen wir doch. Wir unterhalten uns. Ich sag ja nur, die 45 Minuten, die wir heute spielen wollen, die sind schon fast rum. Umso besser vor uns. Ey, die Seiten kosten richtig Geld, ja? Je länger ich quatsche, desto länger halten die Seiten. Aus Reutlingen halten. Aus Reutlingen halten. Wir wussten ja nicht, dass das To Go heißt. To Go hatten sie nur für Eker. Ich habe schon zu mir vor... Ich habe noch zu mir vor... Ich habe schon vor dir... Ich habe mich vor dir...